Herzlich willkommen an der Akkad University. Mein Name ist Thorsten Bübner und ich bin Direktor der Akkad University. In diesem Monat gibt es etwas zu feiern. Einer unserer erfolgreichsten Studiengänge der Bachelor International Business Communication der IBC wird zehn Jahre alt. Neben meiner Funktion als Rektor bin ich auch Studiengangsleiter des IBC und habe den Studiengang mit konzipiert. Ich möchte Ihnen nun einige Inhalte und Besonderheiten des Studiengangs aufzeigen. Der IBC besitzt eine transparente, genau definierte Struktur, die Ihnen den Fortschritt in Ihrem Studium erleichtert. Er hat drei Säulen mit ungefähr gleichen Anteilen. Die Wirtschaftswissenschaften, die Sprach- und Kulturwissenschaften und schließlich die Schlüsselqualifikation. Jeder der drei Säulen hat wiederum drei Teilbereiche. Bei den Wirtschaftswissenschaften Grundlagen BWL und VWL, Analyse von betrieblichen Problemen aus kommunikativer Perspektive sowie internationale Aspekte von BWL und VWL. Bei den Sprach- und Kulturwissenschaften Allgemeinsprache Englisch, Fachsprachenglisch, Translation und Mediation. Schließlich die Schlüsselqualifikationen. Hier geht es um Kommunikationstheorie und Praxis, um Informationstechnologie und um interkulturelle Kompetenz. Die zunehmende Globalisierung der Märkte, die damit verbundene internationale Ausrichtung von Unternehmen und die weltweite Verflechtung von Behörden und Organisationen erfordern ein immer größeres Verständnis internationaler wirtschaftlicher Zusammenhänge. Das Wissen um die Funktion von Sprache und Kommunikation in Wirtschaftsbeziehungen, die Beherrschung von Management-Techniken, interkulturelle Kompetenz und ein fundiertes betriebswirtschaftliches Know-how werden für den Erfolg eines Unternehmens immer wichtiger. Unser Ziel ist es, dass Sie bei ACAD so flexibel, innovativ und effizient studieren können wie sonst nirgendwo. Das treibt uns an. Jeden Tag.